So, ja dann starten wir die Aufnahmen und damit ein Recht herzubekommen zum frischen Videomodul der Statistik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video sind wir eingestiegen mit dem Thema Strukturanalyse und heute werfen wir einen Blick auf die euclidische Norm und knüpfen sozusagen an die Strukturdifferenzen aus dem letzten Video an. Schaut euch dieses Video auf alle Fälle nochmal in der Playlist der Statistik an. Die Strukturanalyse ermöglicht für viele Mengen von Untersuchungseinheiten eine Aufteilung nach Merkmalen in Teilmengen. Um Strukturen von Merkmalen zu verdeutlichen, zum Beispiel die Berufsstruktur. Die euclidische Norm ist die Quadratwurzel der Summe der quadrierten Anteilsdifferenzen und ermöglicht, dass vor allem die großen Anteilsdifferenzen, das markieren wir uns kurzerhand einmal, große Anteilsdifferenzen, diese muss ich natürlich entsprechend mit dem Datensatz identifizieren, ein etwas stärkeres Gewicht als gegenüber der Strukturdifferenz erhalten. Also wenn ich große Anteilsdifferenzen im Datensatz enthalten habe und ich diese Anteilsdifferenzen stärker gewichten möchte, dann kann ich die euclidische Norm anwenden. Für die Norm haben wir folgende Formel. Ja, so ein bisschen überdimensioniert hier das Wurzelzeichen einfach nicht beachten. Das soll einfach nur heißen, dass die Summe, die wir gebildet haben, ja, da müssen wir nochmal die Wurzel ziehen. Wir haben exakt denselben Datensatz wie aus dem vorherigen Video, und zwar mit dem Beruf von Akademiker, Angestellte, Helfer. Differenzieren jetzt zwischen Frauen und Männer. Die dritte Spalte können wir eigentlich vergessen, habe ich schon im letzten Video durchgestrichen, trotzdem noch einmal unser AI. Wer sich dafür interessiert, wir brauchen diese nicht. Sie war trotzdem angegeben in der Fachliteratur. Kann man machen, muss man nicht. Hinter diesen anteiligen Werten, die wir hier haben, stecken absolute Werte. Also, das heißt jetzt nicht, wenn ich 0,287 plus 0,348 rechne, dass ich auf diese 0,321 komme. Das ist Quatsch. Also, nicht denken, beides zusammen hier, Frauen und Männer, ergibt dann hier, ja, das Gesamtpaket. Ich habe das nochmal extra durchgestrichen, damit wir hier nicht Verwirrung, dass es hier nicht zu Verwirrung kommt. Für Frauen und Männer jeweils AI, nur müssen wir hier nochmal differieren. Deshalb verwenden wir hier einmal W und hier einmal M. Ja, und dann, welche absoluten Zahlen hinter diesen anteiligen Werten stecken, das wissen wir nicht. Ich kann euch nur sagen, ich meine, das waren 1200 Personen, die hier untersucht wurden und dann wurden die anteiligen Werte ermittelt. Das ist dann Thema der Sekundär- bzw. eher der Primärforschung. Sekundärdaten, Sekundärforschung ist ja, dass ich mir vorhandenes Datenmaterial, zum Beispiel aus dem Netz ziehe, welches ich erneut untersuche oder für eine neue Untersuchung heranziehe. So, Primärforschung, Primärdaten sind ja neue Daten, die noch nicht erhoben wurden. Da nochmal der Unterschied, auch hierzu findet ihr im Video und unserer Playlist der Statistik. Aber jetzt zu der Formel, und zwar finden wir hier unser AIM und AIW. Ja, und das AI selbst, das finden wir hier nicht. Das brauchen wir nicht. Es kann sein, dass wir es für spätere Parameter, Normen oder Indizes dann benötigen. Dazu dann aber im entsprechenden Video mehr. So, EN. Lass uns da mal mit einsteigen. Und zwar, erstmal bilden wir hier die einzelnen Klammerzüge, sprich, ich habe einmal das Paket, dann minus das Paket, das Paket, dann minus das Paket, dann das Paket, minus das Paket. Ja, und dann bin ich schon fertig. Dann muss ich noch summieren und die Wurzel ziehen, Punkt. Habe ich das Ergebnis raus. Ich kann mit Zwischenschritten arbeiten, macht dann vor allem Sinn, wenn ihr viele Werte habt, die ihr in den Taschenrechner eingeben müsst, damit ihr euch nicht vertippt, bildet ihr Zwischenergebnisse. Hier bin ich jetzt zwiegespalten, ob ich Zwischenergebnisse bilde. Das geht aber eher an meinem Taschenrechner, weil, wenn ich diese bilde, dann komme ich auf fünfte, sechste, siebte Nachkommastelle und dann gibt mir der Taschenrechner nicht die komplette Nachkommastelle an, sondern packt dann noch so ein hoch minus drei, hoch minus vier hin und da muss ich mir dann ein paar Nullen vorne ranklatschen und das Komma verschieben. Ja, müsst ihr für euch wissen, je nachdem, welchen Rechner ihr vorliegen habt. Wolle ich nochmal kurz nachtragen. Also wir haben 0,348 minus die 0,287, Klammer zu, quadrieren, summieren. Klammer auf, dann 0,549 minus 0,639, Klammer zu, quadrieren, summieren. So, und hier sieht man jetzt, ich würde jetzt hier auf einen negativen Wert in diesem Klammerzug auflaufen. Sprich, durch die Quadrierung, durch das Quadrat, durch die Potenz hoch 2, würde allerdings minus mal minus wieder plus ergeben. Also das ist der Unterschied zwischen Betragsklammern und der Quadrierung, beziehungsweise der Potenz hoch 2 aus minus mal minus wäre plus. Bei der Betragsklammer allerdings so, da spielt es gar keine Rolle, ob ich quadriere oder nicht. Ich habe immer einen positiven Wert. Bei, wenn ich jetzt eine Potenz von hoch 3 hätte, hoch 5, dann könnte es wieder sein, dass ich einen negativen Wert herausbekomme. Dass ich von negativ auf negativ wieder lande. Je nachdem, hängt das ein bisschen von der Potenz ab. So, dann machen wir weiter. Und zwar 0,103 minus 0,074. So, einmal quadrieren. Und dann können wir hier unsere ewig lange Wurzel einmal rüberballern. Zack. Und dann würde ich sagen, neue Zeile, direkt das Ergebnis hier hinschreiben, doppelt unterstreichen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich werde das auch nicht weiter interpretieren. Denn hier liegen wir wieder in so einem Ergebnisrahmen. Und zwar liegen wir hier zwischen 0 und zwischen Wurzel 2. Kann ich euch gleich nochmal kurzerhand hier notieren. Ja. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, um eben diese großen Anteilsdifferenzen etwas stärker zu gewichten. Verursacht aber wieder Interpretationsschwierigkeiten. Und das hatte ich euch im letzten Video ja gezeigt. Genau dasselbe Problem. Wir hatten bei der Strukturdifferenz. Haben wir das Problem, dass wir einen Wert zwischen 0 und 2, beziehungsweise von 0 bis 2 rausbekommen. Ja, wenn ich diesen aber mit 1,5 multipliziere, liege ich bei 0 bis 1 und kann direkt eben die Prozentangabe aus der Dezimalstelle ziehen, beziehungsweise umformen. Und kann dann eben meine Aussagen einfacher treffen. So, und das ist zum Beispiel der Sinn eben der normierten Strukturdifferenz, die wir uns ja im letzten Video angesehen haben. Aber ey, ist auch eine Möglichkeit, die euklidische Norm anzuwenden. Deshalb behandeln wir sie hier. So, jetzt aber zur Berechnung. Und zwar, wir haben erstmal unsere Wurzel, dann Klammer auf 0,348 minus, ich gebe das jetzt alles dem Rechner ein, 0,287, Klammer zu, Quadrat. Dann summieren, dann Klammer auf, 0,549 minus 0,639, Klammer zu, Quadrieren. So, und das letzte Paket plus, Klammer auf, 0,103 minus 0,074, Klammer zu, das Ganze Quadrieren. So, da haben wir einen Wert raus von 0,1125 auf die vierte Nachkommastelle. Und das wäre jetzt so die Schwierigkeit gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich berechne hier alles erstmal einzeln, bilde ein Zwischenergebnis, da hätte ich vierte, fünfte Nachkommastelle teilweise gehabt. Und je nachdem, welchen Taschenrechner ihr habt, da wäre es auf jeden Fall, ja, hätte der Vorteil der Zwischensumme nicht diesen Vorteil gehabt, den ich mir davon erhofft hätte. Punkt. Ja, und dieser Wert liegt eben, kannst du mal aufskizzieren, zack, zwischen, en, und dann haben wir das Paket Wurzel 2. Ich kontrolliere das nochmal kurzerhand. Ich habe ja hier nochmal das Buch, da kann ich nochmal kurz reingucken. Ähm, ja. Das passt. Für die eukletische Norm gibt es keine vergleichbar anschauliche Interpretation wie für die normierte Strukturdifferenz, ja. Und das wäre eben dieser Nachteil wieder. Wenn ich so eine Norm verwende, habe ich wieder diese Interpretationsschwierigkeiten. Aber okay, sie gibt es und man kann sie anwenden und lohnt sich eben vor allem bei großen Anteilsdifferenzen im Datensatz, wenn ich diese entsprechend dann auch stärker gewichten möchte. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal, haut rein und 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 haut rein.